Nummer 5. Es hat eine offene Kreuzform, die es erlaubt, es an verschiedene Längen und Dicken anzupassen. Es eignet sich auch für elektrische Entspannungssessel, die mit anderer Polsterung schwer zu schützen sind, und bietet eine zusätzliche Polsterschicht für zusätzlichen Komfort. Wenn es verrutscht, kann es mit elastischen Bändern verstellt werden. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Es ist die perfekte Art von Stiel, wenn Sie eher nach alltäglichem Schutz als nach präziser Ästhetik suchen. Da er aus einem Stück besteht, lässt er sich hervorragend an verschiedene Längen anpassen. Und sein weicher Stoff begünstigt auch die Massagefunktion einiger Sessel. Es lässt sich leicht an- und ablegen und kann leicht gewaschen werden. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 3. Das Merkur-Modell wird uns helfen, unseren Raum zu erneuern und uns trotz der Veränderungen wohl zu fühlen. Ausziehbarer Liegesesselbezug, mit einem klassischen Touch auffallen. Eleganter, voll dehnbarer Stoff für eine größere Anpassungsfähigkeit an die Form Ihres Sessels. Es besteht aus zwei Teilen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Es ist der richtige Stil für formellere Sessel, wie zum Beispiel im Büro oder im Arbeitszimmer. Es wird mit zwei Stretchstoffkörpern für eine unglaubliche Passform geliefert. Es ist super leicht zu montieren und lässt sich perfekt in einem Wäschesack waschen. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 1. Sessel sind weit verbreitet und müssen daher als erste abgedeckt werden. Insbesondere bei Fußstützen, die häufig durch Schuhe beschädigt und verschmutzt werden. Dieses Modell passt sich perfekt an Sessel ohne Ohren und von normaler Größe an. Diese Version ist weich im Griff, um den Komfort nicht zu verlieren. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung.